Hallo, hallo Freunde chinesischer Unterhaltungselektronik, heute geht es mal um ein etwas langweiligeres Thema. Es geht um das Thema Gewährleistung und das ist interessant. Warum? Weil die Produkte, die ich auf meinem Kanal so vorstelle, in der Regel ja von chinesischen Importeuren geliefert werden. Es ist völlig egal, ob wir das bei Ebay einkaufen oder bei Amazon. Das sind auch bloß registrierte Händler, die letztendlich aus China die ganzen Waren importieren und in der Regel auch chinesische Händler sind. Und Gearbest beispielsweise als einer der größeren Importeure, die direkt einen eigenen Online-Shop betreiben, genau das gleiche. Dann gibt es noch sowas wie TomTop oder TinyDeals oder der dritte große EFOX, genau, den gibt es ja auch noch. Und ich kann natürlich jetzt nicht alle behandeln, ich bin noch nicht bei allen Kunden. Daher nehmen wir Ebay und Gearbest. Es geht vor allem um meine Erfahrungen, das ist eigentlich das Wichtigste. Denn ich weiß, dass es nach wie vor noch sehr an Vertrauen mangelt in die chinesischen Händler. Ich kann das auch nachvollziehen, denn früher kamen ja die Waren ausschließlich direkt aus Hongkong oder China. Und ja, die Qualität der Waren, die war fragwürdig, was auch heute noch große Nachwirkungen und Auswirkungen hat. Aber hat sich inzwischen alles geändert. Viele der chinesischen Importeure sind heutzutage direkt in Deutschland ansässig, in Hamburg oder so. Und gerade bei Ebay ist ja der Artikelstandort immer genau einsehbar. Und das ist eine gewisse Entwicklung, die alle größeren Importeure inzwischen durchgemacht haben. Denn Europa ist offensichtlich als Markt interessanter geworden bzw. attraktiver. Liegt vielleicht auch an der Sättigung des Binnenmarkts in China. Man weiß es nicht, dass jetzt so viele Chinesen versuchen, den europäischen Markt auch zu erschließen. Ich finde es aber gut, weil nämlich dann diese Importeure, der Name sagt es ja schon, nämlich den Import der Waren selber übernehmen. Und das a. für uns zollmäßig dann wesentlich einfacher ist. Und b. wir auch einfachere Gewährleistungsregelungen haben. Was das Ganze im Detail bedeutet, das erläutere ich euch an verschiedenen Beispielen. Nehmen wir hier den Kauf des Godon X589, wenn ich mich nicht irre. Das Gerät gab es nur bei Ebay, also habe ich es nur bei Ebay gekauft. Und hier sehen wir ja eigentlich schon den Händler. Hier Angaben zum Verkäufer und haben wir hier in Klammern die Bewertungen. 99% positiv, Standort Freiburg. Und die Glaubwürdigkeit des Händlers kann man an den Verhältnissen zwischen positiven und negativen Bewertungen hier ganz gut ablesen. 99% positiv, d.h. 1% Schnitzer, das ist vertretbar. Noch einfacher für mich ist es natürlich, wenn ein Händler meines Vertrauens bereits das Produkt ein Angebot hat, in dem Falle Gearbest. Ich hatte erst eFox ausprobiert, später aber wegen den besseren Bewertungen über Google mich für Gearbest entschieden und damit auch bisher nur positive Erfahrungen gesammelt. Denn bei Ebay kauft man ja nicht direkt bei Ebay, man kauft jedes Mal bei einem anderen Händler. Und da muss man dann zusehen, dass halt die Bewertungen so positiv sind, dass man weiß, okay, ich denke, hier kann ich ruhigen Gewissens einkaufen. Gehen wir nochmal zurück zu Ebay. Wir hatten ja festgestellt, dass der Händler Easy Life Outlets in Freiburg ansässig ist. D.h. der ist in Deutschland und unterliegt damit deutschen Gesetzen. Chinesische Händler hin oder her. Und wäre der Händler jetzt in Frankreich oder in Griechenland oder in Italien, dann wäre das genauso wenig ein Problem, weil wir sind ja heute alle EU und es gibt EU-Gesetze und da müssen sich die Länder und natürlich die Händler auch dran halten. So, und das bedeutet, dass wir z.B. auch bei diesen Händlern hier ein Monat Widerrufsfrist haben. Also, passt auf, es gibt auch zwei Wochen, das variiert so ein bisschen. Ein Monat ist für den Händler die sichere Variante. Ich sag nur, Thema Abmahnungen. Hat aber jetzt hier in dem Video nichts zu suchen. Auf jeden Fall, der Händler, ein Monat. Das macht ja nicht aus Spaß. Wenn er könnte, würde er es nicht machen. Aber es ist nun mal gesetzt nachher muss er sich halten. Auch die Ausformulierung des Widerrufsrechts hier in Deutsch muss er halt gewährleisten. Macht er hier auch. Ansonsten würde er ziemlich viel Ärger bekommen. Erst recht, wenn er hier als so großer Händler auftritt, könnte der sich gesetzeswidriges Handeln hier nicht lange leisten. Ansonsten drohen hohe Geldstrafen. So, die Gewährleistung. Wie nehmen wir die in Anspruch? Hier Ebay Beispiel. Ich bin in der Kaufübersicht. Hier sind alle Produkte, die ich halt so gekauft habe. Eine lange, lange Liste. Und Ebay macht es heute inzwischen relativ einfach. Man kann einfach auf diesen Artikel zurückgeben drücken. Das geht bei gewerblichen Verkäufern. Das geht aber auch bei privaten Käufern. Allerdings bei privaten entspricht das dann eher einer Anfrage. Denn die müssen die Artikel nicht zurücknehmen. Das lässt sich im Beschreibungstext heute alles ausschließen. Das ist dann freiwillig. Zumindest, wenn mit dem Artikel alles in Ordnung ist. Ist der Artikel defekt? Wird der Artikel defekt geliefert? Und es steht nicht in der Beschreibung drinnen? Dann müsste das... Der Artikel entspricht nicht der Beschreibung oder den Fotos. Denn in der Beschreibung wird ja dann in der Regel ein intakter Artikel angeboten. Ihr bekommt den Artikel erst nicht intakt. Das entspricht ja nicht der Beschreibung. In der Beschreibung steht, dass der Artikel neuwertig ist. Ihr bekommt den aber mit deutlichen Gebrauchsspuren, die auf den Fotos auch nicht erkennbar waren. Dann hat der Verkäufer euch in dem Falle den falschen Artikel geschickt. Also könnt ihr das dann auch bei Privaten hier dann entsprechend zurückschicken, weil ihr schlichtweg technisch gesehen nicht den richtigen Artikel bekommen habt, auch wenn es der entsprechende Typ ist. Bei gewerblichen ist es noch einfacher, denn ihr habt die einen Monatswiderrufsfrist. Und solange ihr den Artikel jetzt nicht benutzt habt, also keine Gebrauchsspuren verursacht habt, dann könnt ihr den einfach unter zum Beispiel passt nicht oder ich habe meine Meinung geändert. Einfach zurückschicken, bekommt eure Erstattung, das steht euch gesetzlich zu. Aber was ist, wenn der Artikel schlichtweg kaputt ist? Na ja, dann wählt ihr das hier auch aus. Der Artikel funktioniert nicht oder ist defekt. Nun, ich mache das jetzt hier nicht, denn mein Godon funktioniert einwandfrei und ich bin damit sehr zufrieden. Aber wenn das so wäre, dann würde ich jetzt hier noch ein paar Details reinschreiben, was denn los ist und ob chinesischer Händler hin oder her. Es wird ein Fall eröffnet, der Händler muss darauf reagieren. Reagiert der Händler nicht. Und ich denke mal, das sind die Befürchtungen der meisten Käufer, die sagen, nein, chinesische Produkte kommen hier nicht ins Haus. Wenn der Händler auf eure Rückgabeanfrage nicht reagiert, dann schaltet sich nach einer gewissen Frist Ebay automatisch ein und reagiert der Händler auch weiterhin nicht. Dann bekommt ihr eine Erstattung von Ebay. Der Käuferschutz greift aber leider nur bei Bezahlung per Paypal. Aber ich meine, das kommt als positiv oder negativ sehen. Die chinesischen Händler, die akzeptieren in der Regel ohnehin nur Paypal und haben kein Bankkonto oder wollen das nicht. Ich weiß es nicht, aber Überweisungen sind in der Regel nicht möglich. Daher in der Regel nur Paypal-Bezahlung. Würde ich aber in dem Fall eben auch empfehlen. Denn bei Bezahlung über Paypal habt ihr Käuferschutz. Und wenn der Verkäufer eben nicht auf euren Gewährleistungsanspruch reagiert, dann bekommt ihr von Paypal euer Geld zurück. Und der Händler wiederum bekommt viel, viel Ärger mit Paypal, schräger mit Ebay. Die gehören ja ohnehin zusammen. Und ich glaube, so ein chinesischer Händler, 600.000 Bewertungen hin oder her, will sich da weder mit Paypal noch mit Ebay anlegen. Denn die haben schlichtweg den längeren Hebel und stehen aber immer auf der Seite des Käufers. Aber dass der Händler tatsächlich nicht reagiert hat, das hatte ich nur einmal. Also zumindest jetzt in den letzten zwei Jahren. Ein Kauf aus England, das war auch ein Importeur. Und der Artikel hatte eben nicht funktioniert. Beziehungsweise, ich glaube, es war Adware drauf. Und deshalb wollte ich es zurückgeben. Und ich habe zum Schluss, weil der Verkäufer halt nicht reagiert hat, von Paypal eine Teilerstattung bekommen. Damit war ich zufrieden. Der Artikel hat ja an sich funktioniert zwar eben Adware drauf. Und ich gehe mal davon aus, dass der Händler entsprechend Ärger dann von Paypal und Ebay bekommen hat. Aber für mich war die Lösung völlig in Ordnung gewesen. Aber sicherer ist es natürlich immer noch, man hat seinen Partner, dem man vertraut. Und das wäre bei mir eben zum Beispiel Gearbest. Gearbest hat für Gewährleistungsfragen und für technische Probleme ein Ticketsystem. Das ist ein Kommunikationssystem, da kann ich hier ein neues Ticket erstellen. Wie ihr seht, habe ich hier auch eins offen. Ticket T170-210729. Ticket T170-210729, ist auch egal. Und warum? Worum ging es da? Da hatte ich eine Smartwatch bekommen für 18 Euro, 19 Euro. Oder ein Fitness-Tracker ist das eigentlich. Spiel doch keine Rolle. Das MiPhone L58. Ich hatte es ja im Unboxing schon erwähnt, dass ich meine erste MiPhone L58 halt defekt erhalten habe. Okay. Ging überhaupt gar nicht. Und jetzt habe ich dann ein Ticket eröffnet und habe das den Support geschrieben und habe innerhalb von 24 Stunden Antwort bekommen. Man bekommt dann erstmal so ein paar Tipps, was man noch machen kann bzw. machen sollte. Ist ja klar, es könnte ja auch letztendlich ein Bedienfehler sein. Und nachdem der Service sicher gegangen ist, dass es sich eben nicht um einen Bedienfehler handelt, sondern dass das Gerät tatsächlich defekt ist, dann bekommt man einen entsprechenden Lösungsvorschlag. Also wirklich ziemlich komfortabel. Bei mir waren drei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder ich bekomme einen Gutschein mit Höhe natürlich des Kaufwerts oder ich bekomme eine Erstattung über die Zahlungsmethode, mit der ich das MiO sprünglich gekauft hatte oder ich bekomme das Produkt wieder zugeschickt. Ich habe mich für Letzteres entschieden und habe dann vor allen Dingen, wow, die hatten was angesagt, bis zu 20 Arbeitstage oder sowas, ja Versandzeit. Aber letztendlich hatte ich dann nach vier Arbeitstagen dann eine neue MiPhone L58 bekommen. Hat noch vorher ein Foto hingeschickt, um wirklich auch zu zeigen, dass sie tatsächlich keine Funktion hat. Denn ich musste die nicht zurückschicken. Das finde ich echt nicht schlecht. Und da wollten die natürlich ein Beweisfoto haben. Ich könnte ja auch eine intakte Uhr haben und möchte einfach nur noch eine haben und schreibe denen einfach, die wäre kaputt. So einfach geht es nicht. Und gut finde ich aber wirklich bei GearBest, dass ich das nicht zurückschicken musste, sondern ich habe dann, nachdem ich einige Tipps und Hinweise bekommen hatte, gab es halt ein bisschen Schriftverkehr, habe ich einfach eine neue bekommen und damit bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Deshalb kaufe ich auch gerne bei GearBest ein. So, jetzt wird es nochmal ganz langweilig und ganz trocken. Denn es geht um das Thema Beweislastumkehr. Könnt ihr auch einfach hier in der Suchmaschine eingeben und euch die ganzen Urteile und Gesetzesänderungen und Gerichtsbeschlüsse. Und das EuGH hat ja auch nochmal mitgemischt. Könnt ihr euch da alles durchlesen, aber ich versuche es euch so einfach wie möglich zusammenzufassen. Die Beweislastumkehr bedeutet nichts anderes, als dass eure Gewährleistung bei Gebrauchtwaren bei Neuwaren, also zwei Jahre und ein Jahr, auf sechs Monate verkürzt wird. Okay, warum? Weil innerhalb der ersten sechs Monate muss der Händler beweisen, dass der Artikel bei Auslieferung einwandfrei war. Das heißt, dass der Mangel, den ihr dann anzeigt und worauf ihr dann Reparaturanspruch dann erhebt oder euer Geld zurückhaben wollt etc. Dass dieser Mangel eben noch nicht bestand. Dass ihr daran schuld seid. Das kann der Händler auch manchmal relativ leicht machen. Zum Beispiel, weil ihr das Smartphone, was ihr sagt, es funktioniert nicht mehr, nämlich vorher an der Toilette versenkt habt. Und es ist nicht wasserdicht. Dann zeigt er euch Fotos von Wasserschaden auf dem Mainboard etc. Und schon ist der Händler aus der Nummer raus. Es kann aber auch sein, dass das Telefon nicht funktioniert, ohne dass ihr irgendwie daran beteiligt wart. Und natürlich schickt ihr das dann zurück mit der Begründung, Gewährleistungsanspruch, mein Telefon funktioniert nicht. Innerhalb der ersten sechs Monate muss der Händler beweisen, dass die Voraussetzung dafür, dass das Gerät später nicht mehr funktioniert hat, bei Auslieferung des Produktes noch nicht bestand. Soviel zum Thema einfach. Ergo, dass ihr als Käufer irgendwie daran schuld seid, dass das Ding kaputt ist. Das kann der Händler aber in der Regel nicht, solange ihr das Ding nicht ins Wasser geschmissen habt oder mit dem Auto drüber gefahren seid. Das heißt irgendwie, das Ganze sehr offensichtlich ist, dass ihr daran schuld seid. Aber nach den sechs Monaten gibt es die Beweislastumkehr. Ihr müsst also beweisen, dass ihr nicht daran schuld seid, dass das Gerät nicht funktioniert. Und da ist es genau andersrum. Das könnt ihr wiederum nicht. Na klar, man könnte technisch gesehen einen Gutachter beauftragen, das Gerät auseinander zu friemeln und das zu beweisen, dass da irgendein Chip, dass der schlecht gelötet war. Und es gibt eine kalte Lötstelle und dann nach sechs Monaten oder nach zehn Monaten oder nach zwölf, innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflicht, ist dann diese Lötstelle gebrochen und das Telefon funktioniert nicht mehr. Das könnte man technisch gesehen. Aber so ein Gutachter, den müsst ihr dann selbst bezahlen. In der Regel übersteigt das dann den Preis bzw. den Wert des Gerätes. Und schön ist das Ganze blödsinnig. Also in der Praxis bedeutet es eigentlich nichts anderes, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass nach sechs Monaten die Gewährleistung endet. Ich habe das Problem auch selber schon gehabt mit einem Gebrauchtwagen, mit einem Auto. Ja, da geht es also ein bisschen um andere Werte. Und ich hatte dann nach, ach das war glaube ich auch direkt nach sechs Monaten gewesen, da ist was ausgefallen. Ja, ich glaube die Lichtmaschine oder so. Und da hat der Händler gesagt, oh, ja, na dann weisen sie uns doch mal nach, dass sie die Lichtmaschine nicht kaputt gemacht haben. Das kann ich natürlich nicht nachweisen. Und gut, ich habe da ein bisschen gedroht. Letztendlich hat er es gemacht, weil ich gesagt habe, ich hole mir wirklich einen Gutachter, da kenne ich jetzt nichts. Aber in der Regel lohnt sich das bei Smartphones zum Beispiel nicht. Ob die chinesischen Händler jetzt auch auf diese Beweislastumkehr da zurückgreifen, weiß ich nicht. Jeder Händler kann das freiwillig machen, das muss er natürlich nicht. Der kann auch nach zwölf Monaten sagen, ja, kein Problem, schicken sie es zurück. Wir tauschen das, überhaupt kein Problem. Oder wir reparieren das, überhaupt kein Problem. Seriöse Händler, in meinen Augen seriöse Händler. Die machen das auch, weil die das einfach unter gutem Service verstehen. Aber ich möchte euch einfach nur darauf hinweisen, technisch gesehen kann nach sechs Monaten Händler sagen, nein, wir übernehmen hier keine Gewährleistung. Wir lehnen ihren Anspruch ab, weil sie erstmal beweisen müssen, dass die Voraussetzungen für den Mangel bei Auslieferungen des Rätes bereits vorlag. Da gibt es auch ein EuGH-Urteil vom 4.06.2015 mit der Bezeichnung 10-497-13. Könnt ihr auch bei Google eingeben oder bei DuckDuckGo und das Ganze nochmal nachlesen. Ja, das EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hatte sich damit eingemischt und das Ganze sogar noch ein bisschen gelockert. Weil vorher ein Gesetz von, ich glaube, BGH, also vom Bundesgerichtshof, eigentlich noch härter war für den Verbraucher. Aber inzwischen haben sie sich alle darauf geeinigt, dass es eben mit diesen sechs Monaten ist, innerhalb der sechs Monate muss es halt der Händler nachweisen. Nach den sechs Monaten seit ihr in der Reihe. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass ich sehr positive Erfahrungen bisher mit den Gewährleistungsansprüchen bei chinesischen Händlern habe. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Billig-Telefone. Ich habe schon mal einen Meizu M10, also MX das erste, das ist mittlerweile auch schon ziemlich alt, mal direkt nach China zurückgeschickt. Es hat natürlich wesentlich länger gedauert, ich glaube einen Monat, aber habe dann ein komplett nagelneues Telefon zurückgeschickt bekommen nach Deutschland. Und die Versandkosten hatte der entsprechende chinesische Händler übernommen. Dann hatte ich meinen Oppo Find 7, wir reden von einem über 400 Euro teuren neuen Gerät, damals zurück nach England, geschickt zu einem chinesischen Importeur. Da waren die Importeure noch nicht so in Deutschland vertreten und hatte auch da innerhalb von ein, zwei Wochen ein neues Oppo Find 7 zurückbekommen. War ich sehr glücklich drüber. Und jetzt hier, wo die ganzen Händler ja alle in Deutschland sind, da eigentlich nur positive Erfahrungen, bis auf diesen einen, wo ich halt nach England da dieses Telefon mit den Adware, wo ich dann von Ebay dann halt eine Erstattung bekommen hatte, war ich voll zufrieden. Aber am besten ist es halt, man hat seinen festen Händler. Das ist inzwischen bei mir Gearbest, weil ich dann nur positive Erfahrungen letztendlich gemacht habe, die ich hier mit euch teile. Denn da habe ich schlichtweg einfach mein Produkt neu zugeschickt bekommen und damit bin ich voll zufrieden. So, ich denke, damit haben wir das Thema abgefrühstückt. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir doch einfach in den Kommentaren. Falls ich irgendwas hier vergessen habe oder ihr noch Details gerne wissen wollt, dann kann ich euch da vielleicht weiterhelfen. Ihr könnt euch natürlich auch bei euren entsprechenden Händlern, zum Beispiel eben bei Gearbest im Support Center, auch über die Garantie- und Rückgabebestimmung bzw. die Rückgabepolitik da auch direkt informieren. Denn normalerweise bei jedem seriösen Händler ist das alles dann nochmal schriftlich irgendwo erfasst. Und es gibt natürlich auch Live-Chats zum Beispiel oder das mit den Tickets, das habe ich euch ja schon erklärt. Und das mit diesen 24 Stunden, das stimmt sogar. Die haben bei mir wirklich immer innerhalb von 24 Stunden meine entsprechenden Fragen beantwortet. Und die sind auch immer mega freundlich, das geht echt überhaupt nicht klar. Das einzige, worauf ihr euch einlassen müsst, das ist nun mal das ein oder andere gebrochene Deutsch, aber man versteht in der Regel, was sie wollen. Okay, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hat mir wie immer Spaß gemacht, für euch ein Video zu produzieren. Und ich hoffe, eure Fragen sind alle beantwortet. Jetzt kommt noch die Endcard mit ein paar Links zu anderen Videos, in der Regel Technik-Videos, das ist das, was ich am meisten mache. Und ich denke, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Da wird bestimmt wieder ein Unboxing von einer Smartwatch, R-Watch heißt die, glaube ich, R-Watch, wie Piraten. Also, bis dahin, ciao.